So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Pokémon Feuergrün mit mir, unserem Ronny. Hi. So, dann würde ich sagen, gehen wir da ins Gebäude. Da, sie war's. Oh, wow. Der ist einfach hier angebrochen und hat uns mit deinem Pokémon angegriffen. Oh. Komm mit, du bist verhaftet, für den Hausbringensbruch. Scheisse. Jetzt sind wir hier in so einem blöden... ...Gefängnis. Ey, du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus, besser gesagt. Rein? Ja. Ja, Mann. Schuh. Arsch. Ose Arsch. Gesicht Arsch. Alles Arsch. Du kommst hier nicht rein. Genial. Aber ich will doch gar nicht rein, ich will raus. Raus ist rein in die Freiheit. Bleibst du draußen aus der Freiheit. Sag nochmal etwas. Peace. Peace, okay. Sorry. Also... Also... Mal schauen, was passiert. Vielleicht... Los, Shigi! Was wäre das jetzt? Das ist ein dummer Humor gedacht. Ja, Shigi zurück. Jetzt ist ein dickes mal raus. 21 ist nur die halbe Wahrheit. Sag mal Sag mal Geht es nicht gegen die Ehre von Team Shockhit Bestochen zu werden? Ach was, alle Menschen sind bestrecklich Das sagt auch schon die Biene Zur Wespe So ne Scheiss Der Seid Du siehst der Gefangenen oben Ziemlich ähnlich Willkommen im Polizei HQ Dann haben wir doch den Pokéball Der auf dem Tisch liegt Einfach mal mit Jetzt hängt es Wieder einmal Meike findet Von einem Surfer Hey, du darfst hier doch nicht einfach Sachen nennen Doch Sonst komme ich nicht von der Insel Sonst komme ich von der Insel nicht mehr runter Achso Na dann Viel Glück bei deinem Ausbruch Genial Also gehen wir raus Port-Core-Sang Oder was Ich glaube wir müssen vorsichtshalber Surfer am Ding Show beibringen Was wollen wir vergessen? Bluber Ähm, ja Bluber Schigelern-Server Leuchtturm Zutritt verboten Oh, ja Bluber Oh Pokémon Das Tentachem Stärke Oh Star so schön weg ist es hier geht es wieder los Shiggy Tegel daneben und Stärke Superschall, Shiggy wurde verwirrt oh Prank Superschall daneben, ja wir sind auch schon verwirrt ah jetzt nicht mehr Giftstab, oh Schätzchen, jetzt sind wir aber vergiftet oh er hat mich nicht auf das Ding sollen einlassen wie viele Dinge haben wir noch eigentlich, wie viele sie jetzt haben nicht viel wo ist ihr Pocacenter hey wo ist jetzt Pocacenter da oben komm hier hier ok wir haben es geschafft Pocamon heilen, ja ja dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal in dieser Stadt um ich muss dringend aufs Klo aber ich aber bei Pocamon Grafiken gibt es keine Toilette wenn ich Nintendo in die Finger kriege ich glaube ein ähnlicher Witz habe ich in meinem Spiel auch mal gebraucht ich finde es irgendwie beunruhig in der Nähe des Polizei HQs zu wohnen was wenn eines Tages ein Verbrecher von dort auspreist ach wenn du wüsstest was meinst du damit? nicht so wichtig, vergiss was ich gesagt habe und ich bin auch nicht gerade ausgebrochen das war knapp, entschuldige, ich hätte besser aufpassen müssen willst du mal lernen, Leute? er ist momentan nicht da lol aber vielleicht kann ich dir helfen nein danke ich habe kein Interesse an Orten mein Ziel ist es bloß das E um die Pocamon zurückzuholen hä? nicht so wichtig easy, der seid was seid ihr? tut mir leid, ich hasse Fabian ich habe also kein E dass ich dir leid dass ich dir leiden könnte ich hasse die Politisten von Feuergrün sie sind immer nur unser Bestes aber das kriegen sie nicht oh lass mich in Ohr hier läuft gerade Pokemon guckst du das eh gut, guckst du etwa den ganzen Tag fern? na und? lieber Fernsehfaul als Radioaktik hehehe so alles wird von Tag zu Tag schwer ja ich schau hehehe oh hat er gleich etwas im Kühlschrank wo man kann klauen? hehehe in dem Haus sind wir schon gewesen? oder? nein, da sind wir noch nicht gewesen nein, da sind wir noch nicht gewesen meine Enkel sind Trainer genau wie du sie trainiert Pokemon genau wie du hehehe sie ist Pokemon Trainer genau wie du hehehe und genau wie euch habe ich Alzheimer hehehe hehehe ich bin letztens einfach mal aus Neugier in das Haus ganz rechts gegangen dort bekam ich den Schock meines Lebens ich würd sagen, dort secklen wir jetzt gleich schnell her, ganz rechts wo ist denn das Haus ganz rechts? da oh, es steht da uuuuuuuh hehehe port korsang etablissement ich trete erst ab einem Jahr ja hehehe hehehe ah passt doch an hehehe sind sie nicht Samis Mutter? äh nein hehehe uuhuuhu hehehe oh wenn die Hege haben wir nichts zu suchen oh doch sicher schade du kannst nicht rein hehehe hehehe mal schauen die Hüttene haben wir schon gesehen da hier es steht auf dem Schild port korsang ja oh oh nein 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 hey Moike du musst mir unbedingt helfen dass er mir hier geht die Leute hat mir helfen hehehe hehehe jense hehehe hehehe ständig verfolgt er mich kannst du dich nicht mehr um ihn kümmern weil ist er so Mafia mäßig hehehe warum brauche ich überhaupt du bist gar nicht von der Mafia hehehe natürlich will aber du kannst es trotzdem machen hehehe beziehungsweise ich will dass du willst in der Diskussion hehehe 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 Matoll was will ich mit du Sammy bist du zu irgendetwas gut sieh solltest sie hehehe also du das kann schlusser schnell schnappt sie euch bevor sie mit ihm schickli hehehe 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 aber Schickli können wir gar nicht fliegen hehehe hehehe ähm hehehe das ist ein Sauverschickli hehehe 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 oh nice ich habe ein Sauverschickli das ist noch ein Entdeckung hehehe hehehe was dumm egal so wie brauche ich kurz deine Hilfe versuch sie irgendwie aufzuhalten hehehe 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 pass auf die Polizisten hehehe pass auf ihr Polizisten ich habe einen Ormel aus dem Eis hehehe das macht euch fertig ah er hat nochmal erled hehehe 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 genial ist das Spiel das ist bloß ein Stein hast du wegen meiner auffälligen Lage ein Item erwartet? tja dein Pech gehabt das ist Mount Kersmy Tunnel huuuu da gehen wir aber noch nicht in mir hehehe oh no hehehe schon wieder so ein Tunnel hehehe ich will zuerst noch ein Latte da unten hehehe jetzt habe ich gemütet das Etapel in diesem Mund hehehe hehehe ok ok hier gibt es so viele Träger nicht zu verkaufen hehehe ich nehme mal 5 Schutze ne ah jetzt habe ich noch einen ne ein Aufwecker zwei Gegengifte beleberheimer hyperheiler super schutz super jetzt habe ich alles mein Geld ausgegeben speichern so und ich ja dann halt noch eine speichern so und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Feuergrün tschau zäme tschüss so